Eine kleine kurze Vorstellung. Hallo zusammen, ich bin der Acrib, ich begrüße euch ganz herzlich in diesem kleinen Video, in dem wir alle uns kurz vorstellen werden. Wir alle, das sind unsere große kleine Gruppe, die einen Minecraft-Server aufbauen wird und euch da draußen viele Facetten des Let's Plays von Minecraft zeigen wird. Wir werden einen schönen Multiplayer-Server aufbauen und hoffentlich euch ein wunderbares Projekt kreieren. Wir werden uns in diesem Video alle kurz vorstellen, ich fange damit jetzt einfach, 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 einfach gleich mal an. Wie gesagt, ich bin der Acrib, ich bin seit ca. zwei Jahren, ziemlich genau zwei Jahren Let's Player bei YouTube. Habe das ein oder andere Projekt schon gemacht, habe viele Genres schon durchgespielt, Adventures, MMOs, vor allem Strategiespiele. Ich bin ein großer Siedler-Fan und vor allem ein großer Siedler-Spezialist und habe ich vor allem Siedler 5 erstmal angefangen. Das ist mein Hauptprojekt sozusagen, das ist auch in den letzten Zügen bereits danach, werden weitere Siedler-Projekte folgen. Und ich hoffe, dass ich da immer gut durchgekommen bin. Ihr werdet das ja wunderbar euch mal dann anschauen können, wenn ihr dann mal auf meinem Kanal vorbeiguckt, wenn ich gerade sowieso von meinem Kanal schon komme. Es sind ja hier viele verschiedene Kanäle vernetzt und das ist so das, was das Projekt halt ausmacht. Wie gesagt, ich habe das ein oder andere schon so gemacht. Minecraft, nur einmal als Let's Show gezeigt. Ca. 18, 20 Folgen waren das in dem Dreh. Und da habe ich dann einmal über einen Server, den ich mit meinen Freunden damals hatte, und da habe ich einmal rumgeführt und so ein paar Projekte gezeigt. Wie ihr alles so seht, wir sind rumgelaufen, wir haben alles mögliche gemacht. Ich habe auch Rätselspiele gespielt, wo ich keine Ahnung von hatte, wie ich denn überhaupt jemals durchgekommen bin. Aber ich habe es geschafft, unglaublicherweise. Und ich hoffe jetzt, dass es bei Minecraft ein lustiges Projekt wird. Aber ich gehe davon aus, die Leute, die ihr gleich auch noch sehen werdet, in der Vorstellung, die sind alle super drauf. Die werden euch sicherlich Spaß machen. Und meine besondere Motivation ist einfach, dass dieses Minecraft-Projekt endlich mal was in der Gruppe ist. Was Richtiges, wo man auch richtig sagen kann, das macht bestimmt Laune. Denn mit so 10 Leuten etwa, dann könnte man da schon ein bisschen mehr draus machen. Und wir werden das halt so aufziehen, dass es halt so ein bisschen, hier mal eine Folge, da mal eine Folge, dass halt jeder auch was bringt. Das heißt, ihr könnt auf jedem Kanal alles sehen von Minecraft. Und ich persönlich habe gedacht, das ist eine super Idee und deshalb muss ich da mitmachen. Und das ist einfach auch die Sache. Denn bei Minecraft alleine ein Let's Play aufzuziehen, das geht zwar, wenn man sich andere Let's Play anguckt, das ist auch ganz nett. Aber so ganz alleine ist es halt doch was anderes. Es ist schöner, wenn man halt ein paar Leute dabei hat, dass man auch mal andere Gebäude zeigen kann, und man sehen kann, was so los ist. Und ich hoffe einfach, ja, ich hoffe einfach, dass wir das gut hinkriegen und dass ihr uns alle dabei unterstützt bei unseren Videos, dass ihr unsere Videos liked, dass ihr uns kommentiert, dass ihr alles Mögliche mit uns macht. Ihr werdet mich im Spiel dann sehen unter Royal Alestar. Das ist dann quasi, das ist mein zweiter Name. Den habe ich bei Minecraft halt drin. Und den habe ich auch früher immer drin, ja, bei allen möglichen Sachen. Elkrip gibt es auch nicht ganz so lange. Und deshalb hoffe ich, dass ihr auch mit Royal Alestar Elkrip verwenden könnt. Und guckt aber bei allen von uns vorbei. Ich bin gespannt auf eure Zuschauerviews. Und wir werden uns dann bei Minecraft hoffentlich mit ein paar Kommentaren sprechen. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Und ein radikales Hallo hier bei Marc auf dem Kanal von XDMatrix. Also ich mache hier so komische Videos auf YouTube. Ihr seht schon Black Ops 2, Black Ops 1, Commentaries und auch Zombie-Modus-Videos. Und hier der ein oder andere Zombie wird auf meinem Kanal abgeschlachtet. Außerdem lade ich auch noch manch ein Let's Play und auch Livestream auf meinem Kanal hoch. Von Zombie-Modus oder auch einem anderen Spiel. Außerdem spiele ich Custom Zombies World at War. Ihr seht es schon hier im Hintergrund. Selbst erstellte Maps von Usern. Und das kommt eigentlich alle zwei Tage auf meinem Kanal. Außerdem habe ich ein neues Projekt gestartet. Und zwar World at War Maps. Also schöne World at War Maps jetzt häufiger zu zocken. Vielleicht auch auf High Round und als Easter Egg zu zocken. Außerdem mache ich gerade ein Let's Play. Und zwar von The Walking Dead Survival Instinct. Ihr seht es auch schon. Und jetzt kommen wir auch zum wichtigsten Teil. Und zwar Minecraft. Ich mache im Moment bei Minecraft Super Jump oder die ein oder andere Runde Ender Games. Noch folgen werden so Sachen wie Survival Games. Ich mache auch häufig Livestreams bei Minecraft. Aber das Wichtigste ist, ich mache ein Serverprojekt bei Minecraft. Ihr seht es gerade hier im Hintergrund laufen. Aber dieses Serverprojekt wird wahrscheinlich nicht mehr so lange laufen. Weil ich vorhabe, das Serverprojekt nur noch so lange zu machen. Bis wir das neue Serverprojekt starten, wofür das Video jetzt auch ist. Und an der Stelle möchte ich etwas zum neuen Serverprojekt sagen. Ich habe Lust mit den anderen geilen Boys, die jetzt vor mir oder nach mir das jetzt laufen lassen werden. Und sich vorstellen und so weiter mit denen. Mal eine Runde Vanilla im Survival Modus Minecraft zu zocken. Zusammen werden wir auf einen Horrortrip im Minecraft Leben Achterbahn fahren. Und wir werden viel Spaß haben mit Kreativität und auch dem ein oder anderen Troll. Da kann ich euch schon auflockern. Und ich werde euch schon mal jetzt sagen, es wird den einen oder anderen dein Troll geben. Also es wird sicher Spaß machen. Und an der Stelle will ich mich auch noch einmal an AlcripLP bedanken. Denn er ist jetzt dafür zuständig oder mehr oder weniger hat er sich selbst dafür, also freiwillig dafür gemeldet. Deshalb von allen so drei Minuten, also circa drei Minuten Vorstellungsvideo zusammenschneidet zu einem Video, dass ihr mal so einen kleinen Überblick über unsere knapp zehn geile Boys habt. Was? Irgendwie klein ist das jetzt schwul. Äh, schwul. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr habt Spaß bei dem Projekt und außerdem die Teilnehmer. How to ride. Moin Moin Leute, Endotrix Faker ist wieder hier. Nehmt erstmal euer linkes Eier in die Hand, denn dann ist alles super. Ja, ähm, warum kommt heute ein zweites Video noch zu der Hive-Tour? Ja, denn bald kommt schon ein neues Minecraft-Together-Projekt, wie es auch schon in der Beschreibung steht und auch im Namen von diesem Video. Also es kommt ein neues Minecraft-Projekt, das wird ein Together-Survival. Ähm, wie das alles zusammen aufgebaut wird, weiß ich noch nicht genau, aber das werdet ihr bestimmt dann alles in der ersten gemeinsamen Folge erfahren. Ja, und ja, von dem Organisator, ähm, mit dem bin ich schon, ähm, häufiger, ähm, habe ich mit ihm zusammengezockt und er ist ein sehr, sehr netter Typ. Also vielleicht kommt auch noch ein Video von uns beiden noch vielleicht davor. Ähm, und ja, sonst sollte ich noch von euch, oder hat er mir gesagt, dass ich euch sagen soll, warum ich in diesem Projekt mitmachen soll. Ähm, ich will in diesem Projekt unbedingt mitmachen, denn ich habe gehört, ähm, ähm, das soll so auch so eine Art Survival, ähm, Games sein, wo alle zusammen einfach dann überleben müssen. Und, ähm, ja, ich mag solche Herausforderungen, auch lange nicht zu sterben. Ähm, ich weiß halt nicht, ob wir auch mal gegeneinander auf, äh, gegeneinander kämpfen werden oder so. Ähm, wie z.B. jetzt beim neuen VARO-Projekt, ähm, wo es zwei Teams geben wird und wir gegeneinander spielen. Also, wir sind zwar jetzt ungefähr knapp zehn Leute, aber um so ein großes, ähm, VARO-Projekt zusammenzustellen, dauert es halt viel Zeit, um eine Organisation zu nehmen. Und, ja, das war es so von mir und von dem dann Projekt. Also, auf jeden Fall, wann es, ähm, von mir aus hochgeladen wird, ist definitiv einmal die Woche, weil die Hive-Tour neigt sich auf dem Ende. Ähm, die letzte Folge wird nächste Woche rauskommen, ähm, weil ich ja schon heute Block-Party, ähm, am Freitag wird's Trouble Mein Willkommen und dann am Dienstag oder nächsten Freitag kommt halt dann, ähm, eines von den beiden Tagen werden dann entweder die Hive-Tour's Ende mit Splag, ähm, weil die Parcours werde ich nicht mehr zeigen, das wird dann schon zu viel. Ähm, entweder Splag oder, ähm, dann schon das neue Projekt. Also, wir nehmen auch vielleicht schon heute auch die erste Folge, ähm, auf und, ja, dann gucken wir mal, wie es weitergeht und, ja, dann wollte ich mich noch ganz herzlich bedanken für die ganzen, ähm, Abonnenten. Ich hab jetzt gerade mal so geguckt, noch mal kurz auf meinem Kanal. Ich hab jetzt schon 22 Abonnenten und auf jeden Fall richtig, richtig fettes Dankeschön an euch, dass ihr euch abonniert habt. Ähm, guckt auf jeden Fall weiter bei mir zu und das ist ja auch ganz cool, wenn ihr mich weiterhin überstützen würdet oder vielleicht auch mal Freunden, ähm, sagen, naja, guckt doch mal bei Heisan vorbei, er ist ein ganz großer Typ, äh, ganz cooler Typ und er macht coole Minecraft-Videos oder so. Also, keine Ahnung, dass, ähm, äh, ich mein, mein Feeling sozusagen zu euch mehr vergrößern kann und auch, dass ihr eine größere Gemeinschaft haben könnt und, ja, das war's, ähm, von diesem Video und nochmal fettes, fettes Dankeschön für 22 Abonnenten und, ja, da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute, bleibt geile und ciao, ciao. Oh mein Gott, wie eine Nacht. Oh, was hat es? Oh, was war das für ein Geräusch? Was ist das? Game Boy, die Zeit ist reif. Stell dich der Aufgabe, die vorliegt. Es ist nicht immer einfach sein. Ich muss viel in mir fahren trotzdem. Dennoch musst du diese auch noch bewältigen. Du wurdest eingeladen, beim Eingriff-Trip mitzuarbeiten. Oh yeah! Freunde! Für alle, die mich nicht kennen, ich bin der Game Boy. Ich bin ebenfalls beim Microsoft-Projekt dabei. Und auch für die Leute, die mich kennen, die können sich freuen. Wie andere Leute, die mitarbeiten. Ich wurde eingeladen, vom Eingriff mitzumachen bei diesem Projekt. Und Hühnchen. Was ist ein Hühnchen? Und ich freue mich natürlich darauf, es machen zu können. Ja, ich hoffe, alle, die das jetzt sehen, freuen sich ebenfalls darüber, mich dabei zu haben. Und ja, deswegen... Ich freue mich persönlich sehr mal darauf. Und... Ein Ei. Mit dein Ei. Ja, das war's dann auch von meiner Seite. Die anderen werden sicher auch noch in diesem Video vorstellen. Ich weiß nicht, Entschuldigung. Jetzt fängt es dann an über... Und das hier ist noch der Skin, den ich für dieses Video benutzen werde. Also... Teilen. Mein Gameboy-Skin. Auch wenn mal Minecraft-Name etwas anderer ist, ist ja egal. Aber... Ja... Ich freue mich drauf, mit diesen Leuten das Projekt zu machen. Wir unterhalten uns ein bisschen los. Wahrscheinlich coole Leute zu sein. Wir sitzen noch nicht aufgenommen, aber das kommt ja dann demnächst. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im Minecraft-Projekt. Bis dann. Ciao. Yo, yo, Leute. Ich bin's, Max. Mein YouTube-Kanal ist VibroProGamerStudy. Und ja, heute geht es darum, warum ich in dem neuen Projekt dabei bin. Und ja, ich bin im neuen Projekt dabei, weil ich... Ich wurde halt gefragt und sagte, ja klar, ich mach mit. Weil ich mit zwei Leuten schon länger nichts mehr gemacht hatte und gerne wieder was mit denen machen würde. Der eine davon ist Fabi. Sein YouTube-Kanal ist JCBook4U. Und der andere ist MarkX, die Matrix. Der hat das ganze Projekt auf die Beine gestellt. Und ja, sonst bin ich dabei, weil ich im Moment sehr viel Minecraft spiele und auf diesem Kanal auch gerne Minecraft bringen möchte. Nur halt nicht so super gut bin in Ender Games und all den anderen Spielmodus, dass ich davon so viel bringen könnte. Deswegen bin ich in diesem Projekt dabei. Und ja, das war's jetzt auch schon wieder. Haut rein. Macht's gut. Ciao. Hallo. Das da, das ist der Trashball. Was macht er da? Ganz einfach. Der Trashball, der improvisiert gerade ein Vorstellungsvideo. Wie Peter lustig. Klingt komisch. Ist aber so. Und weil dieser Gag uralt ist, hört er damit jetzt auch auf. Ja, äh, hi. Ich bin TheTrashball. Ich mach auf meinem YouTube-Kanal Reviews. Also ich kaufe Sachen. Meistens sehr merkwürdige Sachen, die man sich normalerweise nicht kaufen würde. Und ich, ja, Reviewen kann man das, was ich mache, nicht wirklich nennen. Äh, ich gucke mir die an. Probiere die aus. Finde sie meistens nicht gut und mach mich drüber lustig. Ähm. Ja. Das beschreibt's glaub ich ganz gut. Ich mach auch hier beim Minecraft Community Projekt mit. Einfach weil, äh, ja. Ich hab ganz früher mal Let's Plays gemacht. Aber ähm, darüber rede ich nicht. Ähm, ja. Vielleicht denkt mir so ein bisschen Gaming-Content auf dem Kanal. Das geht schon klar. Und darum mach ich jetzt hier mit. Ich freu mich drauf. Ich hoffe ihr freut euch auch. Bis dann. Wir sehen uns. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Informationsvorstellungsvideo-Kram. Da ich ja gebeten worden bin, eins zu machen. Ist hier eins. Und, ja, dann sag ich mal hallo. Ich bin JCPokeview. Ich bin 15 Jahre alt. Mir ist, ich bin geil. Ja. Mir ist gerade kalt. Weil das Fenster auf ist. Was scheiße ist. Und ich bin natürlich ein sehr, 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 sehr groß verliebter Zucker. Ich bin aufgewachsen mit Zuckerei. Und ich werde auch immer Zuckerei sein. Bleiben, bla bla bla, wie man es auch immer nennt. Aber halt dieses, und ich bin natürlich, jetzt hab ich das fast vergessen, bei diesem wundervollen Projekt bei, weil ich dazu Lust hatte. Ich finde sowas immer wieder schön, wenn sich viele Leute zusammenfinden und sagen, ja, wir machen jetzt ein Projekt. Und wenn das Projekt auch wundervoll ankommt. Was ich natürlich hoffe. Ich will das so, ne, hier unter uns gesagt, halte ich nicht sehr viel von diesem ganzen Abklatschen, von diesem ganzen größeren YouTuber-Projekt wie die Hero abklatschen. Und hier, wie war das andere, wie hieß das andere? Hier, das neueste jetzt natürlich Waro, das ist, ne, kennt man. Von sowas halte ich eigentlich nichts. Aber, wenn man's halt will, dann macht man's halt. Aber ich find das halt irgendwie persönlich besser, wenn man sich selber etwas ausdenkt. Und dann halt die ganzen anderen Leute, die dabei sind, natürlich da sind und die natürlich das auch gefällt. Also, hier, kleine Randinformation von mir. Ich hab' 117 Dokumenten. Ich hab' ein, äh, T-Bone-Mikrofon, 440C. Und ich bin, hauptsächlich als Player, weil das lustig ist. Und ich natürlich will, dass die Leute unterhalten werden von mir. Und das krieg' ich ganz gut hin. Und das find' ich auch gut so. Manche sagen natürlich, dass das nicht so toll ist. Und mir ist das eigentlich relativ egal. Solange ich finde, dass das gut ist. Solange ich selber persönlich sage, ja, das macht mir Spaß, dann mach' ich das. Und ich lab' hier grad ziemlich scheiße, weil ich eigentlich nicht weiß, was ich sagen soll. Also, ich hab' einfach gesagt, ja, hallo, ich bin's, ich bin dieses Buch für You. Mir ist langweilig gerade, darum mach' ich das. Dann geht das halt so und so macht man das. Und eigentlich, eigentlich hatte ich Lust auf dieses Projekt. Als man mich gefragt hat, ob ich mit diesem Projekt mitmachen möchte, hab' ich gesagt, klar, Logo mach' ich. Und jetzt bin ich hier und ich freu' mich natürlich auch schon, die ganzen anderen Leute kennenzulernen, die auch dabei sind. Und vielleicht entwickelt sich da ja so eine kleine Gemeinschaft von netten, sympathischen. Oder so, ne? Ihr wisst, was ich meine. Und wenn man das alles gut schafft, dann halte ich davon sehr viel. Und ich freu' mich schon auf das Projekt. Vielleicht, sieht man sich ja. Das würde mich natürlich freuen. Und ich verabschiede mich jetzt. Ich wünsch' euch noch viel Spaß am heutigen Tag. Oder in der Nacht, was weiß ich. Tschüss. Und in der Nacht. Danke. Vielen Dank.